Ich bin's, der Samuel Klaus, aus Asia. Wolltest du ein paar Tore haben? Dann bist du bei mir genau richtig. Im Tony Burn, sein Manager, ist in Sinn gekommen, das Weihnachtsgeschäft an das Korbloch. Ohoho, darum bin ich mit Geschenkeln gekommen. So, habt ihr noch keine andere Schenkli unter dem Bauch? So kaufen wir den Teppich schon. Was? Ihr habt keinen Teppich mehr? Dann kaufen wir die keine. CD! Ist ihr noch ein Wohn-Night-Ständer? Dann morgen ein kleines Männlich. Dann kauf das T-Shirt. Schade, gehst du endlich. Was haben wir jetzt für die Männer noch? So, hau ab! Und meine... Disco! Kaufen dich auf johnnyburn.ch Im Shop garantiert kein Flop. Gott Flop. Wenn's im Januar so richtig schneit, spielt der Johnny an der Radio Pilatus Comedy Night. Ah, Jensen, hab ich da noch ein Ticket, verflixt fast vergessen. Der Vorverkauf läuft auf dem Radio Pilatus Punktia. Das dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Glücklich bin ich, wenn mein Sack leer ist. Dann ist er auch nur so schwer. Dann ist er auch nur so schwer. Doppelhafen. Ich werde noch das wohnen. Sag, ich habe das Wohl-Night. Aber musst du dir das Wohl-Night-Ständer bearst. Ich werde das Wohl-Night. Ich werde das Wohl-Indine Auto mit dem Radio.